Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt fliegen die Enten. Da ist ja das Wasserrückhalte Becken da. Ja, das ist ja riesengroß. Da soll ja angeblich ein 3 Meter langer Wels da drin sein. Ja, der ist überall drin. Der ist wahnsinnig sein. Der hat nur noch keiner gefallen und nicht gesehen. Ist egal, der kriegt ja auch raus. Wenn der so gewitzt ist. Dann haben sie Wels so an sich. Ja, da stand sofort die Erben auf dem Plan. Ach hör auf, die wollten auch mal in der Zeitung sein und ein bisschen Geld machen. Ja. Geil ist ja, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal gesagt habe, von dem Tuch aus kannst du ja 7 Fördertüben ziehen. Ja. Ja. Karolien Glück, Daniel. Beide von ja. Dann hast du 3 Stück, dann hast du das Ruhrmuseum. Dann hast du Zeche Pluto, Zeche Konsolen, Zeche Notschnellpark. Ja. Ja, und hinter dem Berg steht noch Buntzau. Da wohnst du ja in Krai, oder? Krai. Ja. Okay, hat Zeche Neff mal gezeigt. Auf dem Flugzeug. Auf Bergmanns Heft. Nein. Mit der Hakenfreude und Reichsadler drauf. Vielleicht gleich mal zeigen. Von deinem Opa. Ja. Von dem Opa ist er hier Bonifatius drin. Und vom Vater ist Zollverein, Konsolen, Nordschnellpark und Süßleopold. Ja. Und da vom Parkdeck aus habe ich immer hier den Sonnenuntergang. Ja. Das ist gut. Das ist ja die einzige Stelle, denke ich mal. Ja. Arno meint sie, ihr werdet irgendwie bei Attergefrau, ob das irgendwo anders auf dem Dach kommt. Bei irgendeinem Vermieterladen oder sowas. Du kannst bei uns auf der Schule kannst du machen, oder auf dem weißen Riesen oben rechts Und jetzt da, da kenne ich auch zwei Leute, die da wohnen. Ja. Ich kenne sogar die, die da oben das Bindhaus hat. Also ich sag mal, wenn wir hier die finale Aktion machen, wenn der frei steht, ne. Wenn du dich da mal drum kümmerst, dann mit dem Förster sprechen. Ja. Das wird aber erst wahrscheinlich im Juli sein. Ja. Was soll der denn machen dann? Da muss der jetzt die neue Treppenanlage reingebaut. Auf die Halde kommen da. Mit dem Auto. Dass ich da hochfahren kann. Ja. 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 So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt hab da hier. Wenn du noch eben mal unter den Dierkannen drüber. Dann ist da auch was. Ja. Bringst du dich noch mit? Ja. Sofort. Ja. 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 Na ja. Untertitelung des ZDF, 2020